Als nächstes zeigt uns Sarah Klimpzüge. Unser Ast ist diesmal eine gelbe Eisenstange. Anspringen, Körper lang lassen, Arme neben dem Körper, nach oben ziehen. Perfekt. Als Variation wären möglich natürlich von unten verschiedene Gegenstände oder Steine ähnliches oder niedere Äste. Dann kann ich natürlich mit dem Gewicht des Körpers spielen und die Übung einfacher gestalten.